Ja, um erfolgreich lernen zu können und um gut gerüstet durch den Schulalltag zu kommen, ist natürlich eine gute Organisationsfähigkeit eines jedes Schülers wichtig. Wir am Schulverbund Nellenburg unterstützen dies durch unseren eigenen Schulplaner. Jedes Jahr wird dieser auf das neue Schuljahr angepasst und so werden die Lernenden, so wie auch Sie, liebe Eltern, natürlich von dessen Aufbau profitieren. Es gibt einen Schulplaner für die Klassenstufen 5 bis 7 und dann haben wir noch einen anderen Planer, der ein bisschen verändert ist für die Klassenstufen 8 bis 10. Neben wichtigen schulorganisatorischen Inhalten wie Kontaktdaten, der Lehrerliste oder natürlich auch die Erklärung, wie unser Schul-Online-Tagebuch funktioniert, ist der Schulplaner vor allen Dingen wichtig, dass die Schüler wöchentlich ihre Hausaufgaben eintragen, ihre Klassenarbeitstermine wie auch die Noten. Ganz nebenbei lernen die Schüler so, sich selbst zu organisieren, was für uns in der Schule sehr wichtig ist. Zusätzlich können sich die Schüler wöchentlich in den Bereichen Arbeitsverhalten und Sozialverhalten auch ein Feedback geben. Dies knüpft dann wiederum an unsere Lernentwicklungsgespräche an und die haben natürlich auch ihren Bereich bei uns im Schulplaner. Nicht zuletzt nutzen wir als Lehrer den Schulplaner, um mit Ihnen, liebe Eltern, in Kontakt zu treten oder Informationen auszutauschen. Sie werden sehen, der Schulplaner hat täglich hier seinen Einsatz und wird Ihr Kind im Alltag unterstützen. Sie werden sehen, der Schulplaner hat täglich hier in den Schulplaner, um mit Ihnen, liebe Eltern, in der Schulplaner und in der Schulplaner und in der Schulplaner und in der Schulplaner und in der Schulplaner. Sie werden sehen, der Schulplaner hat täglich hier in den Schulplaner und in der Schulplaner und in der Schulplaner.